Hier ist der Herr, der zu euch spricht und über euren Köpfen Wache hält. Lasst Zeichen und Wunder geschehen! Oh Scheiße! Okay an alle. Drei Verdächtige haben das Gebäude betreten. Checkt eure Waffen und wartet auf mein Zeichen. Wir bleiben hier. Wir bleiben zusammen. Nur so werden wir überleben. Ihr seid echt angeschissen. Jo Mann, das wird jetzt aber echt langsam zu viel für mich.